jo moin klaus ja ich wollte mal meinen tisch zeigen du hattest ja gefragt ob ich auf dem bohlen liege oder ob das ein tisch ist wo ich meine reviews mitmach so jetzt siehst du hier ist ein kleiner klapptisch ein kleiner gartentisch weil ich öfter mal den standort wechseln will und das auch schön platzsparend beiseite packen möchte auf diesen klapptisch habe ich einfach nur ein paar bohlen drauf gemacht und ja die habe ich habe ich dir schon geschrieben mit ein bisschen brauner farbe und ein bisschen benzin habe ich die eingefärbt dass das so ein bisschen auf alt aussieht an dem tisch habe ich ein rohr dran gemacht für meine kamera für meine lumex mit dem rode mikrofon und ja damit ich meine reviews auf meist stelle ich das am fenster nur wenn es dann mal zu dunkel ist oder oder abends mal ein bisschen später ist dann habe ich hier noch meine beleuchtung die tüchter zusätzlich noch mit aufstellen und ja das war's dann eigentlich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen bis dann schau sein hat wieder ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020